Der Mensch lebt zwischen Gut und Böse, er selbst entscheidet. Und wo er sich hingezogen fühlt, darf er gehen. Nicht wohl dem, sondern wehe dem, der noch nicht das Rechte weiß und sich noch verlocken und verleiten lässt zur Bösen Seite, wird nicht früher abgehen von dieser Bösen Seite, bis er erkannt hat, dass er doch auf die Böse Seite gelandet ist. Und dann wird er hellhörig. Und wenn da dann einer kommt und ihn von dieser Bösen Seite wieder herausführt, wo er nicht mehr heraus weiß, er weiß gar nicht, wie er da hineingekommen ist, dann wird er ihm dankbar sein. Natürlich muss er ihm folgen, weil dieser Mensch ihm die Wahrheit sagt, weil er ihn auf den Weg führt, von dem er abgekommen ist. Aber dadurch, dass er viel Böses erfahren hat, genau auch am eigenen Körper, dann wird er sich schütten, sich normal dem Bösen hinzugeben, dann wird er wach, dann wird er aufmerksam auf sich selbst, auf seinen Körper, dass ihm ja kein Unheil mehr widerfährt. Und dann wird er alles dazu tun, damit das Böse nicht mehr an ihm heran kann und erst recht nicht in ihm eindrängen kann. Wenn ja, dann würdigt er damit seinen Körper herab. Und dazu ist das Bösige auch. Deshalb hat Gott auch das Böse beibelassen. Und so können wir, das heißt Sie, liebe Freunde, Gott erkennen, wie genau, wie gerecht er ist und wie Sie zu entscheiden haben. Ich weiß, viele würden sagen, ja, anfangs als ich herkam, habe ich von all dem nichts gewusst. Aber als ich es hörte, begann ich zu glauben. Ich hatte großes Interesse, weil es mir selbst anging, weil es um meine Nächsten ging. Und ich tat einfach das, was notwendig war. Und so wurde ich überzeugt. Und so glaube ich heute an das, wovon ich überzeugt bin. Nun, leichtgläubig zu sein, liebe Freunde, das ist auch eine große Gefahr. Sie werden ja nicht glauben, dass Sie leichtgläubig sind. Aber denken Sie zurück, wie leichtgläubig Sie bisher waren. Ob Handchen, Tantchen oder Mannchen kamen, ob der eine oder der andere es war, auch da dann, wenn er ein besseres Kleid hatte als Sie. Und dass Sie ihn für voll angesehen und sagten, das ist einer von den Studierten, das ist einer von denen, der weiß mehr wie ich, der hat den Beruf, der muss das ja wissen. Und dass Sie ihm gleich glaubten, gleich Glauben schenkten, ohne überzeugt zu sein. Also, Sie waren wirklich leichtgläubig. Und das soll nicht mehr sein, liebe Freunde. Sie haben die Pflicht, sich von allem zu überzeugen, auch von dem, was ich Ihnen immer zu sagen habe. Sie sollen es nicht glauben, noch nicht, es überzeugen sich. Aber kommen Sie danach nicht an und sagen, ich kann nicht glauben. Nein, das verstehe ich nicht, meiner Meinung nach, und dann kommt das wieder. Ist das so? Nein. Wer sich alle Mühe macht und die schöne Zeit dazu nützt, sich von allem zu überzeugen, da wird es nicht einen Gegner geben, sondern im Gegenteil, er wird viele Erfahrungen sammeln und wird dadurch viele der Nächsten, die heute noch nicht glauben können, die heute noch zu den leichtgläubigen Seelen überzeugen. Es ist nicht meine Pflicht, mich nur alleine zu überzeugen von all dem, was Menschen tun und lassen, sondern es ist auch Ihre Pflicht. Dieses können Sie nur, wenn Sie von sich selbst erst mal überzeugt sind. Oder glauben Sie, Sie können sich schon von einem anderen überzeugen, wo Sie von sich selbst noch nicht überzeugt sind, da ist das nicht möglich. Immer an sich selbst erst beginnen. Und wenn Sie so weit sind, dass Sie sich selbst erkannt, sich selbst durchschaut, und dass Sie wirklich wissen, wer Sie sind, und dass Sie von vielem anderen auch überzeugt sind, diese Überzeugung können Sie weitergeben. Dann sprechen Sie aus Überzeugung. Und dann werden Sie keine Menschen mehr verurteilen. In diese Gefahrenzone kommen Sie nicht mehr herein. Sehen Sie, wie Sie sich halten müssen, wenn Sie schon auf dem guten Weg geführt sind. Dass Sie ja nicht wieder in Versuchung fallen und ja nicht wieder zu den Leichtgläubigen zählen. Ich will nicht haben, dass Sie mich anhimmeln, dass Sie mich anbeten. Oh nein! Beten wir alle zu Gott. Er ist weder Katholik noch Protestant noch Mohammedan oder sonst was. Nein, er ist immer gleich. Er kennt keine Konfession. Hat damit nichts zu tun. Aber Gott danken genügt auch nicht, wenn wir das so sprechen und sagen, wir danken. Wir danken dir, du lieber Gott, du lieber Vater. Und was weiß ich, wie Menschen so beten? Ja, nein, damit ist kein Dank abgestattet. Kein Dank. Wir müssen diesen Dank in die Tat umsetzen. Wir müssen viel tun. Wir müssen Gott dienlich sein, das heißt Gott dienen. Dazu hat Gott uns hier ein Erdenleben geschenkt. Und dazu kommen wir auch hier zusammen. Hier sollen Sie die Wahrheit erfahren. Ich weiß, dass viele draußen auch behaupten, was wir sprechen, ist die Wahrheit. Ja, wenn Sie von allem überzeugt wären, dann wären Sie heute nicht hier. Dann wären Sie überhaupt nicht gekommen. Dann bräuchte ich auch gar nicht hier sein. Und das ist das, was ich zuvor kurz schilderte, wie groß die Verwirrnisse in den Menschen sind. Also, Gott danken heißt, dieses Tun, sich dankbar zeigen. Und wo beginnen Sie da? Wenn Sie einem Ihrer Nächsten helfen? Nein, noch nicht. Sie müssen erst die Kraft haben, Ihren Nächsten helfen zu können. Ihren Nächsten belehren, wenn Sie Ihre Meinung da hineinschieben, wenn Sie Versuche anstellen. Nein, Freunde, gar nicht. Sie müssen die Kraft aufnehmen, um Ihnen helfen zu können. Sie müssen die Überzeugungskraft haben. Die Überzeugung gibt Ihnen schon die Kraft. Da ist der Einfluss schon. Das heißt, da fließt die Kraft schon in Ihren Körper. So Sie Ihren Körper, wo Ihr Körper doch ein wirklich wahres, göttliches Geschenk ist, müssten Sie diesem Ihrem Körper doch wirkliche Beachtung schenken, oder nicht? So Sie ihm Beachtung schenken, liebe Freunde, da beginnt der Gottesdienst. Da beginnt der Dank. Da werden Sie aufmerksam, aufmerksam auf sich selbst. In dem Sie wirklich glauben, was auch Wahrheit ist, diesen, meinen Körper habe ich von Gott für ein Erdenleben verliehen erhalten. Ich darf eine bestimmte Zeit hier sein. Gott hat die Zeit für mich bestimmt, wann ich hier sein darf und wann ich wieder abtreten darf, wann ich mein Kleid, mein Körper ablegen darf. Aber ich möchte jetzt nicht zu weit greifen, sonst könnte ich Ihnen sehr, sehr viel sagen, Freunde, wie falsch auch Menschen hierin handeln, wenn einer die Erde verlassen muss, was Sie als Tod bezeichnen, dann wird er beweint und bedankt. So weit möchte ich heute nicht greifen. Da versteht der Mensch sich auch schon gegen all das, was Gott für die Menschen bestimmt hat. Er versteht sich gegen die Bestimmung Gottes, das heißt, gegen das, was Gott uns geboten hat. Ein Erdenleben geboten, von bis. Ich frage Sie, wer weiß, wann er abtreten muss, wann er seinen Körper verlassen muss? Sie würden sagen, wann er sterben muss. Wer weiß es? Ich frage überall. Und das weiß keiner. Es ist aber gut, dass er es nicht weiß, denn wenn er das wissen würde, dann würde er statt Gutes unmittelbar noch ein Böses tun, indem er sich an Menschen noch rächen würde. Gott ist so gerecht, er weiß, was er seinen Kindern bieten kann, was er ihnen an Wissen zu geben hat und was er nicht wissen darf. Warum, wieso, weshalb? Da haben wir kein Recht, aber auch gar keinen Grund, Gott zu befragen. Wir haben es einfach zu tun, erstmal das zu tun, was wir uns selbst schuldig sind. Und damit tragen wir den Dank an Gott schon ab. Ich wiederhole noch einmal, so wir unseren Körper Beachtung schenken. Denn der Körper ist doch das göttliche Geschenk. Und so jetzt Einkehr halten, dass wir unseren Körper genauestens kennenlernen, ihn studieren. Halt da und dort ist ein Fehler. Da ist eine Störung. Und da sind Schmerzen. Und da ist dies, das, 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 jenes. Ja, wer ist schuld? Ist der Onkel Otto oder die Tante Jule schuld oder was weiß ich wer? Fragen Sie sich doch selbst, Freunde, sind Sie nicht schuld? Warum wälzen Sie die Schuld auf einen anderen? Warum soll er schuld sein? Nein, Sie selbst sind schuld. Oder wollen Sie das nicht sein? Wollen Sie immer den Unschuldsengel spielen? Das ist doch Lug, liebe Freunde, da ist schon das Böse. Das ist Betrug. Wenn Sie sich verlocken, verleiten lassen, das heißt, Sie sollen jetzt was essen, können Sie ruhig essen, das macht nichts. Das Essen widerstrebt Ihnen, Sie führen sich zu Leibe und tatsächlich haben Sie eine Störung. Wenn Sie etwas Böses hören und das Böse noch bekräftigen und den Menschen noch unterstützen, ja, ja, Sie haben recht, das ist schon so ungeahnt, den bist du, Mann. Und Sie nachher weitere diese bösen Gedanken aufnehmen, damit Sie, damit haben Sie sich, das heißt, Ihren Körper herabgewürdigt, in ihm sind Störungen, die Ruhe haben Sie eingebischt, die Unruhe ist eingetreten. Dann sieht es so aus. Ist der Meier der Schulz doch hoch oder gleich, wie er heißt, ist der denn schuld? Nein, Sie selbst, Sie haben ein Ohr dafür gehabt und haben viele böse Gedanken aufgenommen, die Ihnen da eingetrichtert wurden und es kamen mehr, die hatten Zufluss. Und dann haben Sie viel Böses gesprochen, ohne überzeugt zu sein. Sie haben Urteile gesprochen, Sie haben Menschen verurteilt. Ja, aber damit haben Sie sich selbst herabgewürdigt. Zeichen dafür, so Sie Böses aufnehmen und das Böse von sich geben, ist das Zeichen dafür gegeben, dass Sie schon von dem Bösen behaftet sind und dass das Böse Sie dann auch weiterführen wird. Nun, Freunde, wenn Sie jetzt umgekehrt alles tun, nichts Böses mehr aufnehmen, dass Sie die Ruhe erst aufnehmen, die Sie wirklich nötig haben, den himmlischen Frieden in sich tragen. Und wenn Sie jedem Menschen gerecht werden, wenn Sie sich von allem überzeugen und wenn Sie kein böses Wort mehr aufnehmen, dann brauchen Sie kein böses Wort von sich geben. Sie brauchen sich an keinem Menschen vergreifen. Sie werden nichts Unrechtes, sondern nur Rechtes tun. Ich frage Sie, Freunde, wäre das nicht ein größeres Glücksgefühl? Wäre das nicht viel schöner? Ich erinnere nur ganz kurz, wie groß das Glück, das Glücksgefühl ist bei Menschen, wenn Sie den einen zu den anderen ihrer Nächsten beschenken können, dass man mal was geben kann. Aber geben können Sie erst dann, wenn Sie es sich erarbeitet haben, wenn Sie es besitzen. Und wenn Sie ihm das geben, dann betrachten Sie ihn, geben Acht, wie er sich bewegt, wo Sie ihm das Geschenk übergeben haben. Die Vorfreude haben Sie sowieso immer, haben Sie auch gehabt. Und jetzt geben, dem Moment wird er sich freuen, was wird er tun, was wird er sagen. Und er wird gleich nachschauen, der Beschenkte schaut danach, ach, das ist schön, ich danke dir Tante, ich danke dir Onkel, Schwester, Bruder oder wer es gerade sein mag, der hier der Schenker ist. Das ist ein Glücksgefühl. Aber traurig ist dann der Mensch, wenn er danach feststellt, dass sein Geschenk missachtet wurde, dass es so beiseite geworfen wurde, dass es gar nicht mehr existiert, dass es irgendwie wo in der Rumpelkammer liegt. Und dann sind Sie traurig gewesen. Oder wenn es ein Bekleidungsstück ist oder irgendetwas, das so vernachlässig, verschmutzend verdreckt ist, dann sagt der Schenker herrnach, schade, das hätte ich doch einen anderen geben können. Aber ich habe geglaubt, ihn damit zu erfreuen. Ich glaubte, er würde dieses Geschenk achten und er würde das schonend behandeln und er würde das in Ehren halten. Aber das hat er nicht getan. Und so geht es einem Menschen. Und ich frage Sie, Freunde, wie geht es Gott, wo Gott Ihnen mehr geschenkt hat als nur sein irdisches Geschenk? Viel, viel mehr. Und dass in Ihrem Körper der wirklich wundervoll ist, dass in Ihrem alles vorhanden ist und dass Sie viel des Guten tun können, viel des Guten aufnehmen, wenn Sie nur die Verbindung beibehalten hätten zu Gott. Und dass Sie immer wieder von dieser seiner Sendung empfangen hätten und dass Sie in seiner Führung geblieben wären. Und das ist ein viel größeres Blick. Aber wehe dem, der sich selbst seinem Körper keine Beachtung geschenkt, der hat Gott auch wirklich traurig gemacht drum. Oder glauben Sie nicht? Und der seinem Körper nicht das zukommen lässt, was Gott für ihn bestimmt hat. Und dass der Mensch selbst alles versucht und dass er seinen Körper einfach hin gibt für Versuche und allem Möglichen. Na? Und dass er Ihnen Vergessenheit gebracht hat. Und daher sage ich, Freunde, reden wir nicht drum herum. Es ist die höchste Zeit, dass Sie sich selbst, dass Sie Ihren Körper Beachtung schenken. Und dass Sie jetzt wirklich Ihren Körper das zukommen lassen, was nicht ich, sondern was Gott immer für ihn bestimmt hat. Dazu dienen diese Zusammenkünfte. Dazu habe ich dieses Werk ins Leben gerufen. Ich bin ja noch nicht sehr lange auf dieser Erde, erst 52 Jahre. Das ist noch gar nicht lange. Aber wie gesagt, wie Menschen doch dem teuflischen, satanischen Verfallen sind, wie sie eher dem Bösen dienen, statt dem Guten, statt Gott selbst. Sie sind sich ja nicht mal so viel mehr wert, dass Sie sich selbst dienen, sich selbst dienlich sind, für sich selbst, für Ihren eigenen Körper sorgen um, damit Sie mit und durch diesen für Ihre Nächsten auch sorgen können. Das alles ist bei den Menschen in Vergessenheit geraten. Warum ist dieses alles so zustande gekommen? Weil er menschenhörig wurde. Freunde, glauben Sie es mir, es ist viel, viel leichter, auf einen zu hören, der nicht was, sondern das weiß, was Menschen heute nicht mehr wissen. Und auf den zu hören, der alles und auch uns geschaffen hat. Und das ist und bleibt Gott, Gott selbst. Aber auf Menschen zu hören, da müssen Sie ja Irrwege einschlagen. Da mussten Sie ja verwirrt sein. Da konnten Sie sich gar nicht fassen. Da wussten Sie nicht, was recht und schlecht ist. Da mussten Sie ja auf dem Weg der Versuchung verfallen. Das musste Ihnen ja auch zum Übel werden. Und da ist Ihnen das Zeichen gegeben, Halt zu machen, umzukehren und jetzt den falsch gegangenen Weg zurück und alles, was Sie bisher taten, umgekehrt machen. Oder ich müsste fragen, ja, Sie sind normale Menschen, wir noch müssen Unnormaler sein. Ich tue das nie so, wie Sie es getan haben bisher. Nie. Immer umgekehrt. Ja, tue ich nun das Richtige oder tun Sie alle das Richtige? Ich stelle aber fest, dass Sie dabei nicht gut gefahren sind, dass Sie das Heil nicht erfahren hatten, sondern dass Sie vom Unheil erfasst worden sind. Und es ist doch sehr leicht, was Ihnen zur Macht der Gewohnheit geworden bisher. Immer gleich auf Menschen zu hören, hören Sie jetzt auf einen auf Gott. Nicht in Menschenführung zu sein, sondern Gottesführung zu sein. Und auch alles Gute, was Gott für uns bestimmt hat, zu beherzigen, heißt im Herzen aufnehmen und mit dem Herzen geben und mit dem Herzen handeln, überhaupt. Ich weiß, dass der Mensch sich sorgt und plagt, indem er selbst alle möglichen Versuche angestellt, um von dem Übel frei zu werden. Der Versuch würde, wenn ich Ihnen einen kleinen, nüchternen Vergleich gebe, mein Kleid ist verschmutzt, da ist ein Fleck, sagen wir, ein Teerfleck. Ob ich da Seife nehme und Wasser nehme oder sonst was nehme und versuche alles Mögliche, ich reibe und reibe, den Fleck bekomme ich nicht weg. Es sei denn, ich muss ihn ausschneiden, da ist ein Loch im Bekleidungstück. Warum versuche ich alles Mögliche? Warum gehe ich nicht zum Fachmann, wie Sie es ja auch tun, und er soll Ihnen ein Reindungsmittel geben? Oder aber Sie übergeben das dem Fachmann und sagen, komm, nimm, mach mal den Fleck weg. Er tut's. Aber da versucht der Mensch jetzt alles Mögliche. Und dadurch wird so ein Bekleidungsstück nur – der Körper ist aber kein Bekleidungsstück – wird das Bekleidungsstück verschandelt. Warum versuchen? Und dass Sie immer noch keine Lehrer daraus gezogen, nicht nur Sie, sondern überhaupt die Menschen, darüber wundere ich mich. Ich sage auch, das ist ein Wunder, das die Menschen noch nicht verstehen. Sie aber sprechen auch von Wunder, von Wunder, die wie sie hier und dort geschehen. Ob es bei Menschen, ob es an Tieren oder an Pflanzen ist, das ist ein Wunder. Oder wenn etwas geschehen ist, von dem Sie nichts mehr gewusst, ein großes Wunder. Sie sprechen von Wunder. Ich sage es Ihnen, Freunde, ich bin so verkehrt, lassen Sie mich so. Ich behaupte das Gegenteil. Ich sage, es gibt kein Wunder. Für mich existiert kein Wunder. Ich kenne kein Wunder. Ich kenne nur eines, Gott selbst. Gott ist es, der all dieses bewirkt, was Menschen nicht bewirken können. Aber Sie müssen weiterhin sagen, das ist ein Wunder. Ja, das ist die Schöpfung Gottes. Ein Wunder, Wunderwerk. Deshalb, weil Menschen dieses wirklich nicht erstellen und auch nicht, nicht einmal bewältigen können. Nichts können sie von dem, was Gott kann. Das ist die Schöpfung Gottes. ihnen ein Wunderwerk, kein Wunderwerk, nicht einmalverständlich, etwas wahr. Verräquen ihn bis zumlichen cueisse Licht in einem einen Wunderwerk. reyゴür coordinate Rossoshoohl. das ist die Schöpfung.